Hi, herzlich willkommen zurück bei Rocket League. Ich freue mich, es ist bei mir schon zu einer gewissen Tradition geworden, dass ich, bevor ich die Aufnahme-Session zu anderen Spielen beginne, eine Runde Rocket League spiele. Und ja, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich Rocket League spiele und es auch noch aufnehme. Ja, jetzt ist gerade die Season vorbei, der Season Pass ist abgelaufen. Am 3. Dezember geht es aber schon weiter mit neuen Updates. Ich bin jetzt noch gerade nicht so super informiert, was kommt. Wenn dieses Video raus ist, wird dieses Update wahrscheinlich schon draußen sein und dann freue ich mich auch da drauf. So, ich habe es geschafft, auf Level 91 zu kommen im Rahmen dieses Events, womit ich sehr, sehr, sehr spät angefangen habe, da noch ein bisschen was abzugrasen. Na, ein paar Items habe ich noch bekommen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mal mit meinem alten Wagen wieder. Aber, ähm, gut, bin Legende und jetzt spielen wir kompetitiv, natürlich. Jetzt brauche ich als nächstes dringend einen Platinrang, damit ich hier weiter hochklettern kann. So, oh, da geht es schon direkt los. Hahaha. Es sind wieder einige Namen mit Sternchen markiert. Ich weiß nicht, ob die dann alle tatsächlich zensiert sind oder ob die Leute sich Namen mit Sternchen geben. Ähm, oh, wow, 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 wow. Habt ihr das gesehen? Ab da war schon wieder ein Leck in der Sache drin, ne? Oh, fuck. Wer ist das? Ich? Scheiße. Oh, das ist aber ärgerlich. Ich hasse es, wenn es so laggt. Na, wer hasst es nicht? Hä? Oh, shit. Oh, sorry. Oh, der hat sich auch entschuldigt. Er hat gedacht, er wäre es schuld gewesen. Ha. Das sind mir die Liebsten. Ach, come on. Warum steht der da einfach? Der Blind. Der Blind. Okay, Leute. Offenbar muss ich mich gerade erstmal so ein bisschen einspielen. Nicht, dass es schon wieder so losgeht wie beim letzten Mal, ne? Boah, ich hab bei diesem Event so richtig Gas gegeben, Leute. Echt. Oh, was war das denn? Der pingt schon wieder. Ich werd verrückt. Oh. 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 Yeah. Guter Pass. Danke. Trotz schlechten Ping hat's geklappt. Und zack. In die richtige Richtung. Aber es war knapp. Oh, es war knapp. Knapp. Egal. Tor ist Tor. Haha. Huch. Nee, das gibt keinen. Oh. Ich bin abgerutscht vom Controller. Ach. Das war jetzt wirklich ein... Ah. Das war mein Fehler. Guck mal. Ich hoffe, man sieht's jetzt nicht. Doch, da. Bin wirklich hier. Abgerutscht. Na ja. Was soll's? Was soll's? Saul Goodman. All Goodman. Saul... Jetzt weiß ich, warum Saul Goodman... Saul Goodman heißt. It's all good man. Saul Goodman. Hahaha. Das war wohl nix. Das... Ops. Autsch. Harte Landung. Oh nein. Ups. Oh man. Ich mach mir grad keine Freunde hier in meinem Team. Das merke ich schon. Und ich bin auch im richtigen Weltkampfmodus. Nicht in diesem bescheuerten 3 gegen... Äh... In diesem... 3 gegen 3 Solo Modus. Oh. Oh. Sorry. Ah. Ich mach... Ich mach nur Mist. Kein Problem. Oh Gott sei Dank. Netter Kerl. Guter Schuss. Yeah Baby. Hm. Ich hoffe, wir gewinnen. Ah. Ja. Da komm ich noch. Angeflogen. Oh. Keiner fährt außer ich. Und Zerstörung von mir. Meins. Doch nicht. Oh. It's all good man. Wie findet ihr eigentlich Saul? Good man. Hier better. Better call Saul. Guckt das jemand von euch? Breaking Bad ist natürlich ein absolutes Muss. Für alle Leute, die auch schon alt genug sind, um das sehen zu dürfen. Ähm. Oh. Oh. Der ist glaube ich wirklich blind. Breaking Bad. Also Leute, wer Breaking Bad nicht gesehen hat. Ha. Das muss man sehen. Das gehört zu den Dingen, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Also wer das verpasst hat in seinem Leben. Ja. Ich hab in einem meiner Videos auf, auf, oh nein, oder? Auf Seite, äh, nach dem Sinn des Lebens, geah, scheiße, gefragt und so weiter. Da ist ein paar Antworten gegeben und, wie heißt es? Breaking Bad muss auf jeden Fall Teil des Lebensinhalts sein. So, und ich wollte auf jeden Fall fragen. Habt ihr auch Better Call Saul geguckt? Und wenn ja? Oh, ah, 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 oh, my God. Das war auch knapp. Wie fandet ihr die Serie? Ha? Meine Meinung? Hochnäsige Zicke. Nein. Ich habe angefangen, Better Call Saul zu gucken. Aber, oh nein, 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 nein. Shit. Aber ich kann mich nicht so ganz begeistern für die Serie. Natürlich, die Sache, man vergleicht es natürlich mit Breaking Bad. Und da reicht das überhaupt nicht dran. Toll. Ich finde es ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Ein, zwei Folgen waren dazwischen, die waren gut. Aber ehrlich gesagt mehr auch nicht. Das ist so viel depressives Gelabert, so melancholisch vom Saul Goodman. Und die Story bewegt sich nur extrem langsam vorwärts. Nein, nein, falsche Richtung, Kajus. Kommt, Leute, schießt doch. Oh, ich habe ihn berührt. Hä? Okay, alles klar. Wusste ich natürlich. Wie geplant. Kommt, Boys. Ich bin echt noch weit davon entfernt, um ein guter Spieler zu sein. Scheiße. Aber wenn ich mich so daran erinnere, wie ich hier angefangen habe. Ah, das geht schon. Nein. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen hier. Was zum... Ey, scheiße. Ich brauche jetzt keine Ping-Probleme hier. Fuck. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich wähle auch mal wieder mein anderes Auto. Mit dem bin ich in letzter Zeit sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ja, mit dem. Wobei mir die Lackierung hiervon echt noch nicht so gefällt. Aber ich habe hierfür noch nicht so viel. Sieht alles scheiße aus. Ich hätte gerne so einen animierten Aufkleber. Aber das hier ist ein gruseliger Baum. Ist auch so hässlich. Ein Fan. Oh, weiß. Weiß geht eigentlich. Diese Streifen, meine ich. Ja, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Hier geht es irgendwie nicht weiter mit dem... Ja. Also, toll sieht es jetzt nicht aus. Oh, jetzt geht es los. Aber vorher sah das auch nicht gut aus. Hm. Ja. So, und jetzt werden wir aber siegen. Eigentlich sieht das cooler aus als vorher. Jetzt, wenn jetzt die Reifen noch lackiert werden, wäre das mega. So. Mit dem Auto bin ich jetzt erfolgreich. Wobei es lag ja jetzt auch am Ping, ne? Mit unter. Und jetzt geht es schon wieder weiter. Es kotzt mich so an, echt. Es kotzt mich so an. Wann mache ich hier endlich LAN hin, statt WLAN an meinem PC? Aber wie will ich das meiner Frau erklären? So ein verfluchtes Kabel quer durch die ganze Wohnung zu legen. Und dafür die Wohnung zu verunstalten. Damit ich hier besser... Damit ich hier besser Online-Games zocken kann. Oder was? Da fühlt die mir doch am Kopf. Scheiße! Toll. Tolles Tor. Ja, ja. Sehr schön. Wundervoll. Ich bin wirklich begeistert. Wie schlecht ich bin. Nein, das hat alles mit Ping zu tun. Guck. Guck dir das an. Eigentlich kann ich die Aufnahmen in die Tonne treten, ja. Shit. Echt. Wie will man denn da spielen? Das kommt doch immer nur so... Jo. Und diese ganzen Zeichen hier rechts, ne? So von wegen... Ja. Ach, jetzt habe ich angeblich gar keine Verbindung mehr zum Internet. Was soll das? Jetzt war ich gut. Aber jetzt wird ja auch nicht der Ball geschossen. Nein, oder? Es läuft alles andere als gut, Freunde. Ah! Ne, den kriege ich nicht. Jetzt ist gerade alles gut. Ping mäßig. Alles super. 40er Ping. Oh! Das wäre cool gewesen. Sehr gut. Schön. Nein. Nein. Shit. Ja, 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 ja. Leute, dieses Spiel gewinnen wir. Wenn der Ping mitmacht, dann werden wir dieses verfluchte Spiel hier gewinnen. Kommt! Ich bin hochmotiviert. Ich bin hochmotiviert. Aber reine Motivation bringt leider nichts. Ich bin sehr traurig. noch mal. Noch nicht mal der ist reingegangen. Ey. Hat sich da jetzt einer von den roten in den Weg gestellt? Was soll ich noch machen? Was soll ich denn noch alles machen? Schieß! Hochschuss! Sag mal, warum ist denn da kein Arschgesicht im Tor? Schon wieder Richtung Tor Wow, der ging ab, wa? Yo, 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 yo! Genau vor das Tor gelegt Wir verlieren gerade übrigens, ne? Verliere ich gerade? Komm, rein damit jetzt! Schön! Das war ich Und jetzt gewinnen wir Das ist klar, zum Abschluss dieser Folge Das ist eine kurze Folge diesmal Oh nein, oh nein, es dauert schon wieder so lange Das waren schon wieder nicht Sekunden Haha Wust gestohlen Okay 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 Autsch Fuck, jetzt ist es schon wieder so weit mit dem Ping Ich hasse diesen Ping Oh nein Oh nein Was macht ihr denn da? Wir werden dieses Spiel gewinnen Ist das klar? Autsch Was ist das denn für ein Penisball gewesen? Kommt Kommt Randa Jetzt geht es um die Wurst Jetzt geht es um die Wurst Das war Was war das für ein Quatsch hier? Abgewehrt Oh Boah Boah Ich glaube das ist bei allen Sportspielen Und vor allem Oh nein Mannschaftsspielen so Schieß den Ball weg Boah Boah Nein Wie doof seid ihr denn? Ha, 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 ha Ich will dieses Spiel hier gewinnen Bitte Bitte Lasst mich das Spielchen gewinnen Freunde der Nacht Ey, was ist das wieder Für ein Ball gewesen? Richtig schlecht da eigentlich So, so Das ist besser Fuck Kommt Leute, wo seid ihr denn? Ah, das ist Wettkampf Solo Ja, dann bringt es mir eh nichts Wenn ich hier Gewinne Das ist wirklich so Je niedriger man Spielt Desto beschissener ist das Teamplay Echt Ich bin enttäuscht Blit Ich bin enttäuscht Das war so nicht gedacht Ich bin echt auf Komm Warte Na ja Gut Auch solche Folgen gibt es dann Wo ich dann einfach verliere Es tut mir sehr leid Aber So Tage gibt es Ey, ich war so super gut So super gut jetzt zuletzt Ich hab wirklich die Spiele gerockt Moment Ich hab glaube ich Sogar was gespeichert Training Karriere Wo ist es denn nochmal? Ach da Replays Block Hä? Was hab ich denn da gemacht? Block So Dann eiern wir mal vorwärts Da bin ich Ja Hi süßer Hab ich das schön gespeichert Ah ja Oh Da war ich Hoch Oh das ist eine ätzende Perspektive So Aber was hab ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? Ich bin bei den Roten Die Roten machen jetzt ein Tor Kurz Wie geht das hier nochmal mit der Steuerung? Ich krieg es nicht hin Wow So schnell wär ich gerne Ne Es ist aber Macht aber auch nicht viel Spaß Das anzusehen Gucken wir es lieber so an Jetzt gibt es ein Tor Ja ein bisschen schneller bitte Ja komm Killed Kaios Puing Pum So und da hinten Da unten sehen wir Ähm Wie ich irgendwas ganz toll geblockt hab Ich hab mir das deswegen Hier Gespeichert Ich switch da jetzt mal grad hin So Leute Und jetzt Jede Sekunde Sehen wir Wie ich irgendeinen Ball blocke Ich weiß nicht mehr Was das für ein Was das für ein Spielzug war Da fahr ich nach vorne Pau Geil Das wollte ich euch nur gezeigt haben Ja Damit sag ich jetzt aber Vielen Dank fürs Zusehen Das war einfach Rocket League Und ich hoffe ihr hattet ein wenig Freude Auch wenn ich nicht so gut gespielt hab diesmal Beim nächsten Mal klappt es bestimmt besser Macht's gut Ciao Und abonniert diesen Kanal Ja Ne Warne die Gegner Ciao